hallo herzlich willkommen zu diesem upload plan video heute vom 9 10 für die kommende woche und zwar kommt diese woche die minecraft folgen von der nummer 274 bis 280 von montag bis sonntag um 9 uhr freitag samstag sonntag ist die formel 1 in russland dann freitag das test renn samstag qualifien und sonntag das hauptrenn am dienstag werde ich mal versuchen eine folge life is final forest village rauszubringen dies wird wahrscheinlich auch eine etwas längere folge werden die nebenprodukte würde ich gerade sagen die nebenprojekte sind das wetterupdate daily minecraft die insel 2 und life is final forest village es kann passieren dass diese woche auch ein paar dashcam videos rauskommen von mir dieses aus der produktion des letzten sommers und am sonntag wie gesagt das upload plan video vom 17 bis 23 oktober ich wünsche euch eine schöne woche ich würde mich sehr freuen wenn ihr vorbeischauen würdet beim minecraft let's play wie auch bei anderen projekten von mir mir sind in den letzten wochen gut aufgefallen dass die formel 1 gerade die hauptrennen sehr gut ankommen bei euch auch das minecraft let's play kommt zur zeit sehr gut an wenn jeden tag eine folge rauskommt die regelmäßigkeit macht freude und das sehe ich auch in den aufruf von abonnentenzahlen da bedanke ich mich doch mal sehr und ja bis dahin ciao ciao ja 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 ja